ich werde halt so zerstochen vor mir fliegt die ganze zeit eine mücke um ein roh der mikrofon das lenkt so ab wir brauchen damit er uns sagen kann was er weiß nicht bewegen jetzt go gesicht Leck dich nie mit dem Busch an, merkt ihr das? Ich will eine Liste von allen, die dein Resort besucht haben. Keine Ahnung, Mann. Okay, gut. Das habt ihr aber nicht von mir. Alle Gassi sind auf einem Server, okay? Mensch, war das jetzt so schwer? Sie ist gerade noch erschossen. Nein. Direkt danach nachgelangt und oft. Jetzt kommt der allerletzte Auftrag von der Zone hier. Let's go. Was wolltest du sagen, Maurice? Was ist scheiße? Maurice? Hä? Was ist scheiße? Ach, keine Ahnung, irgendwie bin ich kopfhaft. Alle, alle, alle in eine Yacht, es gibt drei Stück. Machen wir ein Yacht-Rennen. Mach dir immer ein Yacht-Rennen. Ja, aber ist halt langweilig. Krieg du halt mit deinem ekligen Heli da. Ja, aber du bist aber direkt hinter mir. Ja, das ist halt, dass er einfach immer noch sein hat. Ja, gut. Wenn Nurkowich natürlich nicht zu leidere habt, dann natürlich nicht. Junge, wenn du mit mir ein Rennen fährst musst. Achso, danke, jetzt brenne ich, danke dir. Wieso meins? Schade, weil du mich angezündet hast damit. Maurice hat auf uns geschossen und ich brannte dann auch. auf und leitet ein Ressort an der Riviera oder so. Aber du bist übel in mich reingekommen, weswegen er überhaupt abgefackelt ist. Der ist übel in mich reingekommen. Der ist übel in mich reingekommen. Der ist übel in mich reingekommen. Da oben auf meinem Turm steht recht einer. Der ist nicht feindlich oder doch? Nö, ne, der ist nicht feindlich. Ach da. Was macht der da? Der hätte uns gesehen. Ja, aber wie viel Schuss brauchst du denn für den? Das Gitter war im Weg. Hä? Meine Drohne war irgendwie gestört, Jens. Äh, ja. Hier ist ein Störsender. Wir müssen ohne Drohne weitermachen. Ähm, kann ich euch was pingen? Ah, ihr seht das ja. Oben ist der Server, da müssen wir hin. Nö, ich sehe den Server nicht. Ich sehe den Störsender. Ich versuche mich mal durchzuschleichen und den zu deaktivieren, ne? Warte, darf ich den K.O. schlagen? Ja, aber er guckt direkt zu uns. Die scheiß Drohne funktioniert nicht. Achtung, er kommt, er kommt. Jetzt. Sauber. Oh, durch die Warn. Wie sieht's bei euch aus? Äh, Störsender ist gleich down. Wo macht man den? Ach da. So, Störsender ist down. Schnell! Drohne, Drohne. Spotten. Tango ist tot. Ich glaube der ist oben drin. Äh, hier oben ist Mörser. Ne, das ist ja. Gens hat das Haus. Oh! Zwei hier. Beide down. Kraftschütze oben. Wer schießt hier? Jetzt keiner mehr. Gut gemacht. Oh! Auf mich wird krass geschossen. Okay, ich muss an der Hüteposition. Oh! Luftschlag auf mein Auge. Oben im Fenster ist einer. Ah, nieder. Wurde niedergeschossen. Von hinten. Ja, ich kann, wie soll ich das machen, Jungs? Mich kriegst du gerätzt. Und ich kann zu Maurice schnell rennen. Ich hör dich sagen, aber auf mich... Ja, da kommen zwei. Achtung! Vielleicht ist der Mörser das größtes Problem, als das Leute zu mir drauf gekommen. Ich bin jetzt eh tot, warte. Ich riskiere nichts. Ja, wir spawnen doch wieder. Wieso kann ich nicht bei dir spawnen? Enter gedrückt halten. Ja. Warum hat das so lange gedauert? Ich weiß nicht. Vor allem bei dir spawnen. Einfach 300 Meter weiter weg. Das ist dann auch irgendwie dumm irgendwie. I don't know. Egal, dann nehmen wir die quasi von hinten an. Von vorne. Ne, wir docken von hinten an. Und Jens macht das sein vorne. Komm, Mensch. Haben wir die Base hier nicht schon mal eingenommen? Irgendwie so. Ja. Du fährst? Ich geh ans MG. Let's go. Wir sind auf dem Weg zum Server. Gut. Führen wir's zu Ende. Bowman Ende. Hier kommt die Kavallerie, Jens. Hier kommt die Kavallerie, Jens. Ja, wir wurden mit dem Mörser beschossen. Achtung, von links. Bei Jens auf der Ecke. Krieg's ihn nicht. Achtung, Scharfschütze vor uns. Mörser um die Ecke. Fahr hoch. Scharfschütze direkt vor uns. Hinter dir auf den Turm. Gut. Er ist erledigt. Oh. Ist gut. Ist gut. Man muss halt auch mal ein bisschen mit Action hier reingehen, ne? Man kann ja nicht immer. Miki-Piki machen. Er ist der Scherber mit der Gästin, ist er. Erster Stock sicher. Ah! War ging's da tief runter. Steg ist sicher. Warte, ich hau den oben, Alter. Na. Okay, sicher. Ich hack den Server. Jupp. Kommen wir schnell mit deinem Moni. Das war's. Schnappen wir uns die Liste mit den Namen und los. Ja, okay. Wir werden jetzt eh verteilen. Die müssen nämlich jetzt den Schalldämpfer ab. Wir schießen jetzt mit voller Power. Sichert ihren Bereich während der Download-Locken. Helis. Ich geh aufs Dach hoch. Ich hab Sniper. Wir haben alle Sniper btw. Ja. Zwei Schuss, Heli tot. Oh! One Shot. Entschuldigung. Die Frage ist, ob man sowas braucht. Das geht nur, wenn ich einen Schalldämpfer abmach. Oh, wieder drauf. War's das jetzt? Oder kommt da noch was? Ah, ich hör da hinten ein Helikopter. Ja. Bei Autos. Vorne. Siehst du auch auf der Depp. Ich war das nicht? Nö, nö. Ich hab noch gar nicht einen Schalldämpfer. Ich hab gar keinen Schalldämpfer. War's das schon? Ich glaub, wir müssen eine Stufe höher stellen. Gut. Eine sehr düstere Zeit hier. Oh, was macht ihr morgen so? Traurige Musik läuft. Der Erbsenteller wurde nicht aufgegessen. Die Kartoffeln liegen roh. Und sollten eigentlich in der Dose sein. Ey, sag mal. Was machst du hier so ein Krach? Boah. So ein Sixpack hat's auch gern, ne? Ja. Hä? Du mit Stress? Ja, das war jetzt sehr langweilig, wie ich finde. Kein Wunder wenn du Autos 1 von...